So, dann upgraden wir die eine Karte und machen uns dann noch zwei weitere größere Vibrillationen Ja, machen wir so, also eine normale Kappa noch, zum upgraden Achso, ich kann keine normalen anfordern, das sind sauerweise Kappa, Zitat Ähm Hier Machen wir drei Double Und eine Redstone Block für die Mitte Da haben wir ja wohl genug Kappa, Zitat oder Bank Hm, da sieht hier einer Komischerweise Oh Darmapolisch Vibrillation 4 Vypreants, 2 Opta und 1 Vypreant Crystal, Vypreant sind es 4, da sind es 1, was war es Okta sind 2 Opta und 2 die hier Kann man ja nicht anfangen, weil hier Belieb ist Da ist er gerade am Craften Ok, man sieht welche schneller Patches sind Links rechts Ok, da ist fertig, also können wir 2 Opta anfordern So guckt, der Aufsatz ist ganz schön Was, wir haben nur noch hier Was? Glow Schon den Schock bekommen Schon den Schock bekommen, dass wir keine Rohstoffe mehr haben Gut So, hier die Kräftemaschinelle, perfekt, zack, zack, ups, falsche, zack, zack, so, da haben wir eine Vibreance, schon mal, dann fehlen uns noch mal zwei Vibreance, und Ender, schön wenn die reichen, zack, oh, lädt sich echt nebenbei auf, nice. Wenn die eigentlich auch 25 kamen, perfekt. Das wird jetzt nur als Input gemarkert. Da läuft immer noch, gut, perfekt. So kann ich auch gucken, okay? So, der ist am Arbeiten, stellt sich gerade so ein paar Sachen her, gut. Ähm. 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 Ja. Wb. Danke. Musst ihm was ausdrucken. So. So. Dann hier noch eine hin. So. 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 das muss man erst mal schaffen was hat ja nach der aufnahme mal angucken so ich habe eigentlich alles erledigt ich habe mein crafting terminal bin zufrieden ja ich fahrt hier nicht so wirklich sogar noch zwei schilder drin das passt doch dann ist das einmal internes das globales ja 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 zack 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 ähm 1,2,5 1,2,5 1,2,2 so hier können wir eigentlich auch mal die packen posten ich kann ja hier zudurch was spawnen ich kann ja eigentlich spawner spießt sich zack so hier zack im fjuhl warte ich kann ja eigentlich nicht mal stellen soo dann passt das ähm an welcher Stelle muss ich jetzt klappen ich glaube hier ja da ja da ja ja da Vielen Dank. Vielen Dank. Okay.